Der Auftakt zum eidgenössischen Schwing- und Elperfest in Bratelen, Basel-Land, hat den Festumzug gemacht. An diesem Umzug haben über 4000 Personen mit 90 verschiedenen Formationen teilgenommen. Der Festumzug ist geprägt von sehr vielen Gruppen, auch Schüler von Bratelen konnten mitmachen. Untertitelung. BR 2018 Applaus Applaus Auch Trichler und es kann nicht anders sein, Hauptfasnacht war es vorbei. Neben den Jugendgruppen in Bratelen, gab es auch sehr viele Musikformationen in unterschiedlicher Ausprägung. Applaus 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 Vielen Dank.